Ahoy, ihr Lieben! Heute reden wir mal über das Geld und zwar über die Preise, die ihr am Ende bezahlt für eure Kreuzfahrten. Es ist so seit vielen Jahren eigentlich, dass die Reedereien mit dynamischen Preisen oder fast alle mit dynamischen Preisen arbeiten, also dass sich die Preise verändern. Also man hat nicht mehr den Katalogpreis und der bleibt dann auf immer und ewig so, sondern das Ganze geht mal hoch und es geht mal runter. Ja, und die Reedereien machen das genauso wie es Airlines machen oder wie es Hotels zum Beispiel machen. Und natürlich ist das Ziel der Reedereien völlig klar. Am Ende, wie erzielen sie die allerhöchsten Einnahmen? Das ist natürlich das Entscheidende. Idealerweise wäre es natürlich so aus Sicht der Reederei, dass ich eine Nachfrage habe, die höher ist, als ich dann am Ende Kabinen zur Verfügung habe. Denn das wäre natürlich für die Preise am besten, aber in der Realität ist es nicht immer so. Und ja, ich dachte mir, ich schaue mir mal an die Tricks, die die Reedereien anwenden, um die Reisen für einen möglichst hohen Preis zu verkaufen am Ende, beziehungsweise um die Preise hochzuhalten. Also schauen wir mal, Trick Nummer eins, die unterschiedliche Zahlungsbereitschaft der Kunden wird abgeschöpft. Ja, der Fachbegriff dafür ist Yield Management. Das wird also in mehr oder weniger Perfektion teilweise von den Reedereien betrieben. So das Ertragsmanagement, das ist das deutsche Wort für Yield Management. Das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt, aber es ist ein ganz wichtiger Bereich. Deswegen will ich euch das mal kurz erklären. Stellen wir uns mal vor, wir haben 300 Menschen, die hätten jetzt eine Zahlungsbereitschaft für ihre Reise von 2.000 Euro. Weil sie sagen, das kann ich mir leisten, mehr geht nicht, das würde ich auch ausgeben. Dann hat man 1.000, die würden 1.000 Euro ausgeben. Und dann habe ich 1.500 Kunden, die sagen, mehr als 850 ist schwierig, also das ist für mich die Schmerzgrenze. So, was könnte ich nun machen, wenn ich nun sage, was ist nun der Preis, zu dem diese insgesamt ja 2.800 Menschen allesamt buchen würden? Klar, alle würden sagen, ja, also für 850 würde ich es nehmen. Da sagen die, die maximal nur 850 zahlen würden, die sagen, okay, passt gerade so. Die für 2.000 eigentlich buchen würden, die sagen, oh Mensch, super, spare ich noch was. So, ja, und das ist natürlich jetzt dann nicht so am Ende im Sinne der Reederei. Wenn ich nämlich also 2.800 mal 850 habe, dann komme ich am Ende auf 2,38 Millionen. Wenn nun jeder in diesem Beispiel das zahlt, was er auch zu zahlen bereit wäre, weil er das Budget eben hat, dann käme ich auf 2,875 Millionen. Also sind 500.000 Euro mehr. Ja, ganz vereinfacht schon mal dargestellt. Und ja, am Ende geht es halt darum, jedem das abzuknöpfen sozusagen, was er zu bereit ist, zu bezahlen. Also natürlich ist es auch ein Teil davon, indem ich unterschiedliche Kabinentypen anbiete. Von der Innenkabine bis zur Supersuite. Am Ende ist es so, die Kreuzfahrt ist am Ende die gleiche. Westliches Mittelmeer meinetwegen, ob ich dann eine Innenkabine habe oder Suite. Da muss ich dann halt, ja, Dinge finden, wie sich das Ganze dann unterscheidet. Natürlich von der Fläche, die ich zur Verfügung habe, spezieller Suiten-Service zum Beispiel. Und ja, dann ist man aber mittlerweile auch sehr, sehr, sehr gut darin, dass man verschiedene Preismodelle hat. Also, dass man dann sagt, okay, wenn ich also diese Premium-Bucher, die 2.000 Euro zahlen würden, da habe ich halt nur eine gewisse Anzahl und jetzt muss ich an die ran, die nicht ganz so viel zahlen würden. Und da überlegt man sich dann Dinge, ja, Preismodelle, wo dann vielleicht nicht ganz so viel Leistung inklusive sind. Wo ich mir dann die Kabine nicht selber aussuchen kann, wo dann keine Flasche Wasser im Preis enthalten ist. Oder, oder, oder. Ja, also, da ist ja relativ viel denkbar. Und klar, am Ende ist so eine Rederei immer so am Austarieren. Man senkt ein bisschen den Preis, dann merkt man, oh, wie verändert sich die Nachfrage. Oh, kann man wieder hochgehen. Also, ja, ist ein unglaublich spannendes Feld. Also, dieses sogenannte Yield-Management sieht man auch immer wieder. Gerade in letzter Zeit habe ich wieder viele Stellenanzeigen gesehen, wo Experten gesucht werden, die genau das können, weil das ist eben, ja, das Business sozusagen. Oder das ist die Disziplin, die den Redereien am Ende hilft, mehr Geld einzunehmen. Ja, ja, ein weiterer Trick ist heutzutage auch gerne genommen. Wenn ich, wenn ich Kreuzfahrten verkaufen will, es wird ein Nachfrage-Hype erzeugt. So würde ich es mal formulieren. Ja, früher ist das nicht so gewesen, aber heute ist es so, dass man dann irgendwann sagt, so, oh, es wird bald der Buchungsstart sein für die und die Saison beispielsweise. Und, ja, da wird schon mal so ein bisschen suggeriert, so, oh, die Reisen sind möglicherweise knapp. Ja, also, es wird dann ein Buchungsstart verkündet und dann heißt es, oh, es kann dann irgendwann jeden Tag soweit sein, möglicherweise. Oder es wird schon ein fester Tag genannt, dass man sich darauf vorbereiten kann. Aber damit will man natürlich so suggerieren, so, dann geht es los. Ja, am Ende muss man halt immer gucken, ja, ist es wirklich so, muss ich wirklich, ist das eine Reise, die innerhalb der Ferien ist? Habe ich nicht eigentlich den Bedarf nach einer Standardkabine, will keine besondere Kabine? Dann ist halt immer die Frage, muss ich wirklich sehr früh buchen? Aber das ist auch schon Trick 3, es gibt Anreize, Anreize, keine Anreize, für eine möglichst frühzeitige, für einen möglichst frühzeitigen Abverkauf der Reise, wenn man so will. Also, das Ganze ist dann etwas, was wir seit Jahren kennen, das ist der Frühbucherrabatt. Ja, damit suggeriert man, oh, es wird für dich jetzt billiger. Ja, das lässt aber so ein bisschen außer Acht, das meistens umso mehr Zeit verstreicht und umso näher die Reise rückt. Da wird es häufig dann günstiger, weil man muss sich das mal so vorstellen, der Kunde sitzt ja am Ende am längeren Hebel. Wenn sich jetzt alle Kunden, also diese 2.800 Kunden von vorhin, wenn die sich zusammentun würden, ja, und sagen, na, das buchen wir noch gar nicht. So, also wir machen das ganz kurzfristig, ja. Denn die Reederei, die muss am Ende ja das Schiff irgendwie voll kriegen. Wie voll, das ist immer so ein bisschen so, ja, das ist immer so ein bisschen so eine Frage der Strategie. Es gibt also Reedereien, die haben großes Interesse, dass sie dann eher so Richtung 100% fahren in normalen Zeiten und dann entsprechend mit den Preisen runtergehen. Es gibt aber auch Reedereien, die sagen, na komm, wenn wir dann am Ende 60% drauf haben, aber zu einem guten Preis, dann lassen wir es auch so, ja. Aber, ja, der Kunde sitzt eigentlich am längeren Hebel, denn Kreuzfahrtschiffkabinen sind eine schnell verderbliche Ware. So kann man es wirklich ausdrücken. Und die Reederei, ja, muss diese Ware loswerden und das eben möglichst frühzeitig. Ein weiterer Trick ist, um Preise hochzuhalten. Ja, es werden lieber mehr Leistungen inkludiert, als die Preise gesenkt. Also das kann zum Beispiel sein, ich sage, okay, es gibt eine höhere Kabinenkategorie. Also wenn ihr Außenkabinebuch bekommt, der Balkon, so sagt man schon vorher, oder Upgrade um eine Kabinenkategorie. Da hat man also die 1000 Euro, wo man merkt, so, oh, bucht langsam keiner mehr. Ja, aber dann sagt man so, okay, naja, kriegt aber eine höhere Kabinenkategorie, dann kommen wieder welche und sagen, ach Mensch, mache ich. Ja, oder, aber ich kann natürlich auch sagen, oh, es gibt schon einen Ausflug dazu, oder es gibt ein Getränkepaket hin dazu, oder, oder, oder. Ja, oder was auch sehr beliebt ist, das scheint auch sehr gut zu funktionieren, dass die Reedereien sagen, ja, wir sinken nicht den Preis, aber es ist ein Bordguthaben mit drin. Also hat man irgendwie 100 Euro vielleicht, die man dann bekommt an Bord, da kann man dann ins Aufpreisrestaurant gehen oder einen Ausflug buchen. Am Ende muss man sagen, sind ja dann die, somit die 100 Euro für die Reedereien nicht wirklich 100 Euro, weil wenn die den Ausflug, den sie ja für 100 Euro vielleicht verkaufen, haben sie vielleicht Kosten von 30 Euro. Also, ja, das ist schon ein ganz interessantes Spiel. Ich finde das mal ganz witzig, dass das so funktioniert, weil ich immer denke, naja, komm, die Leute zahlen doch das Bordguthaben ja irgendwie eigentlich mit. Und, ja, dass sie da so, dass sie da so heiß drauf sind, finde ich echt witzig. Aber gut, was gibt es noch? Trick 5, Preissenkungen für besondere Gruppen. Ja, da ist eine ganze Menge denkbar. Also, da gibt es dann teilweise Reedereien, die sagen, oh, machen wir, machen wir einen Rabatt jetzt so für Geburtstagskinder. Ja, also alle, die im Februar Geburtstag haben, so wie ich, die kriegen irgendwie Sonderpreise. So, ja, damit hat man irgendwie was, wo dann die anderen Leute, die in den anderen 11 Monaten Geburtstag haben, die sagen dann so, ach, naja, okay, habe ich Pech gehabt. Die beschweren sich dann möglicherweise nicht darüber. Aber so habe ich dann halt jeder, habe ich also einen gewissen Anteil jetzt an Leuten, die dann plötzlich sagen, ach, Mensch, wenn das für mich einen Rabatt gibt, weil ich da Geburtstag habe, dann buche ich jetzt halt so. Das kann was sein. Oder dann gibt es natürlich so Gruppen wie Clubs, Kreuzfahrt, also Clubs von einzelnen Veranstaltern oder Reedereien. Da gibt es dann teilweise auch Sonderpreise. Oder aber, ja, was man auch machen kann, das ist teilweise auch nicht unüblich, gerade auch sicherlich verstärkt dann auch vor Corona, dass man auch Gäste aus anderen Ländern auf ein Schiff nimmt, wo eigentlich, ja, gar nicht, also wo eigentlich gar nicht sonst mit gerechnet wird. Also zum Beispiel hatte man teilweise bei AIDA dann gerade vor Corona und jetzt gerade auch vor dem Krieg teilweise russische Gäste zum Beispiel. Da habe ich natürlich die Möglichkeit, dass ich da dann Preise nehmen kann, die sieht ja, das kriegt ja in Deutschland mehr oder weniger keiner mit so. Und ja, das ist also auch noch was, was ich machen kann. Und dann gibt es sogenannte PEPs, das sind die Reisen, die Touristiker buchen können, die entweder im Reisebüro arbeiten oder dann gibt es PEPs für andere Touristiker. Also das sind Spezialraten oder aber, wenn man jemanden kennt, der bei einer Reederei arbeitet, die können einem möglicher, normalerweise auch Sonderpreise ermöglichen. Ja, aber das ist alles nicht öffentlich buchbar und man kommt da auch so nicht ran. Also wenn ich nicht bestimmte Ausweise habe, um nachzuweisen, so ich arbeite im Tourismus, dann komme ich da nicht ran. Und auch Family and Friends ist jetzt auch nichts, was ich einfach so buchen kann. Und es ist halt auch so, wenn ich das gebucht habe, wird normalerweise Stillschweigen über diesen Preis vereinbart. Und dann gibt es so Klauseln, die besagen dann, oh, wenn ich verrate an Bord, was ich da bezahlt habe, dann kann es sein, wenn das jemand mitkommt, dass da noch was nachberechnet wird. Also das ist auch was, Preissenkung für besondere Gruppen. Oder aber, was kann man noch machen? Man kann zum Beispiel Single-Zuschläge senken oder inkludieren. Man muss ja immer sehen, Preis für eine Kreuzfahrt 1.000 Euro pro Person, das heißt zwei Leute in einer Kabine, die Kabine kostet dann 2.000 Euro. Jetzt ist es so, Single-Zuschlag häufig vielleicht 80%, da gibt es dann die ganze Kabine für 1.800 Euro. Das ist natürlich für einen Single relativ viel Geld. Da wäre es aber natürlich besser, wenn man jetzt sagen kann, Single geht jetzt ohne Zuschlag, dann kann der Single für 1.000 Euro reisen. Hat jetzt den Vorteil, dass man sich den Preis nicht kaputt macht, weil dann keiner sagen kann, so was kostet das denn, das sind nur noch 1.000 Euro. Hat es ja vorher bei der Doppelbelegung auch schon gekostet. Und ja, also das ist irgendwie auch beliebt, allerdings für die Rederei natürlich der Nachteil. Es geht ja nicht nur darum, dass eine Person in der Kabine fehlt, sondern man hat ja auch eine zweite Person nicht, die Umsätze an Bord generiert. Also die an den Bars trinkt oder, oder, oder. Ja, und das ist natürlich, ja, deswegen ist Single-Belegung für die Rederei eigentlich was eher Unliebsames sozusagen. Und ja, man muss sagen, dieses Single ohne Zuschlag oder so, das macht man vielleicht erst, ja, wenn man mit anderen Methoden noch nicht erfolgreich genug war, was den Abverkauf angeht. Das ist mir auch noch eingefallen. Sechster Trick, das ist noch relativ neu meiner Ansicht nach. Man kann auch den Kunden den Preis bestimmen lassen. Also man sagt, lieber Kunde, nenne mir einen Preis und, und, und vielleicht passt er für mich oder vielleicht passt er nicht. Also das Ganze, würde man dann sagen, sind Versteigerungen heutzutage. Ja, habe ich mehrfach gesehen in der Mein-Schiff-Flotte. Und da ist es dann ja auch so, ne, am Ende, wenn da jemand sagt, naja, komm, 3,99, was ja sehr, sehr wenig wäre, dann kann die Rederei sagen, ja, okay, machen wir es besser als nichts. Oder, oder sie sagen, naja, ist zu wenig. Aber das ist am Ende auch ein Preis, der nicht öffentlich ist. Ganz wichtig, ne. Und ich verärgere in der Theorie zumindest meine, meine Vollpreisbucher nicht. Weil das ist ja mal ganz wichtig, wenn ich so irgendwie Rabatte gebe, dann will ich ja nicht, dass ich dann ausgerechnet die Leute verärgere, die nun da eine Premium-Buchung hatten. Und ja, also es ist am Ende eine schwierige Geschichte. Es gibt dann halt so Anbieter, also na klar, bei den Großen, AIDA, mein Schiff, sehr weit verbreitet. Bei Phoenix, so, die sagen so von sich aus, na, sowas machen wir gar nicht, bis kaum. So, ne, und ja, am Ende ist das, ist das legitim. So wird halt versucht, ja, die Nachfrage zu stimulieren oder, und eben am Ende das Beste, ja, für die Rederei dabei rauszuholen. Was bedeutet das nun, ja, für euch, für euch Kunden? Natürlich ist immer klar, frühes Buchen sichert die Reise. Also, der Preis ist vielleicht eher hoch, auch wenn da ein Frühbucherrabatt was anderes suggerieren sollte. Am Ende ist es aber auch so klar, es kann dann auch nichts mehr dazwischen kommen, ne, außer irgendwas, was die Rederei nicht zu vertreten hat. Das ist klar, ne. Aber in einer Gesamtsituation, wo jetzt das Angebot an Betten über der Nachfrage liegt, da sind die Chancen natürlich hoch, dass dann irgendwann, einige Monate vor der Reise, einige Wochen vorher, dass dann die Preise nochmal sinken. Aber man kann sich nicht darauf verlassen. Wer es wirklich will, wer wirklich eine bestimmte Reise will, der sollte auf jeden Fall das frühzeitig auch buchen. Ne, ich würde, kleiner Tipp, für mich, ich würde dann buchen, wenn der Preis für mich persönlich passt. Ne, also wenn ich es also sehe, so, okay, die Kreuzfahrt, die ich da wollte, kostet 1500 Euro, sehe ich jetzt. Und das ist genau das, was ich mir so vom Budget vorgestellt habe. Okay, dann buche ich jetzt, ja, 1500 Euro. Ja, und da muss man gucken, ob es einem so, muss man denn später da noch die Preise beobachten. Ja, es macht Sinn, wenn ich jetzt einen Tarif habe, wo es dann heißt, so, oh, bei Preissinkungen können Sie gerne umbuchen. Sowas gibt es ja auch teilweise. Ja, aber, ja, möglicherweise, das würde ich dann eigentlich nicht mehr machen, dass ich dann noch auf die Preise gucke. Wobei, ich könnte es wahrscheinlich nicht lassen, ja. Ja, was fällt euch noch ein? Vielleicht so an Tricks, habe ich es mal genannt, oder Dingen, die die Reederei machen, um, ja, um am Ende mehr Geld einzunehmen. Und vielleicht wisst ihr auch noch was. Schreibt es mal in die Kommentare. Und, ja, dann ansonsten sieht man das. Ich war heute ein bisschen fiet in der Sonne, glaube ich. Ist leicht, geht noch, ne, gerötet. Ja, also, genau, ich schweife ab. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.